Angesichts Ihrer Referenzen waren wir bei einem Geschäft dieser Größe etwas besorgt. Aber nachdem wir Sie nun persönlich getroffen haben, fühlen wir uns bei Ihnen in guten Händen. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Sirs. Abgesehen davon, dass Ihr Angebot viel zu attraktiv war, um es auszuschlagen. Was meinen Sie damit so genau? Er meint, dass Ihr Jungs die gesamte Industrie unterboten habt. Ja, ja, äh... Um wie viel? Sie waren um 53 Millionen billiger als der nächste Anbieter. Oh, okay. Verflute! Nun zu einer Frage, auf die noch keiner eine Antwort hat. Wie kamen zwei junge Männer Mitte 20 an einen 300-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem Pentagon? Ich hab ne Hammeridee! Typen wie uns nennt man War Dogs. Ascaya, die mit Krieg Geld verdienen, ohne hier ein Fuß aufs Schlachtfeld zu setzen. Das ist eigentlich abfällig gemeint, aber wir fanden es irgendwie cool. Entschuldigung, tut mir leid, so eine Art Notfall. Entschuldigung. Alles gut, ich muss vor, ich bin Amerikaner. Du willst allen Ernstes selber nach Bagdad fahren? David, wir sind Waffenschieber. Lass uns Waffen schieben. Ich komm näher, jetzt mach's schon, alter Fahrt! Ich werde sterben! Ihr habt die hergebracht? Durch das Dreieck des Todes. Das Dreieck des Todes, Bro? Wir bringen's in allen Dreiecken, auch in dem deiner Mutter. Wir bringen's in allen Dreieck des Todes.